Kommt es seit heute zu größeren Einschränkungen in Nord- und auch in Mittelhessen. Der Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Kassel und Marburg und von Korbach über Frankenberg nach Marburg. Wenn Sie dort fahren wollen, dann müssen Sie teilweise den Schienenersatzverkehr nutzen, wie beispielsweise in Kassel-Wilhelmshöhe. Nur Fahrräder dürfen in den Bussen nicht mitgenommen werden, zu wenig Platz. Und krankheitsbedingt können auch Fahrplanänderungen im Moment vorkommen. Ab Montag soll dann auf allen Strecken wieder alles normal laufen. Feuer!